hallo und herzlich willkommen youtube ich bin sauberziehen und heute gibt es das nächste match im mazga heute geht es gegen julio und letztes mal habe ich meine katzen urache gefragt was für ein deck unser gegner wohl spielen wird was wir spielen sollen heute habe ich es ein bisschen anders gemacht ich habe julio einfach gefragt was er für ein deck spielt und er hat gesagt er will mir was schicken und mit herausfinden kann was für ein decke gespielt hat und ich würde sagen uns mal was uns geschickt hat denn er sagt er wollte mir ein video schicken was genau definiert was für ein deck er gespielt hat da bin ich einfach mal gespannt drauf und dann würde ich sagen das gucken wir uns einfach mal an okay card market ich weiß du bist unser sponsor aber muss leider jetzt weichen für das video was die gute julio uns geschickt hat äh ein eichhörnchen und wolken was das jetzt schon oder was julio was soll das was soll ich damit anfangen okay so also für alle jetzt wissen was julio für ein deck spielt lassen wir das mal in den kommentaren da und dann würde ich sagen um meine neugier zu stillen würde ich sagen klickt meine video beschreibung auf den link denn da seht ihr einmal unser match von julio und von mir was wir gespielt haben was die julio vor allem gespielt hat denn ich bin wirklich extrem kurios was das für ein deck ist und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten matz cup video bis dahin und rein ciao leute